Guck mal her! Mann, guck hin! Das passiert auch mit dir, wenn du nicht morgen 50 Euro bringst, verstehst du? Und jetzt nicken und verpissen! Ist die echt? Sag mal, ich hab gehört, du kommst aus Zählendorf, reicher Arschlochgegend. Wir sind nicht reich. Willst du dich jetzt wehren? Er ist ein Mann geworden! Du willst dich wehren? Wenn du willst, sag ich meinem Vater Bescheid, der macht sie fertig. Was ist dein Vater? Boxer? Nee, Metzger. Du hast ein ehrliches Gesicht. Und Leute mit ehrlichem Gesicht kann mich immer gut gebrauchen. Werner, wie geht's denn? Den Jungen fässt keiner hier an. Guck ihn dir an. Diesen Jungen fährst du nie wieder an. Hast du das verstanden? Und du machst was genau? Ach, Teppiche schleppen, sie einwickeln, sie entfusseln, sie in den Keller schleifen. Solche Sachen halt. Geh mal nach unten! Ich hab uns Plastik besorgt. Mach Maximum! Schwachgepp, das siehst du nie wieder. Ist das klar? Das ist gar nichts klar. Ich reiß mir hier den Arsch auf, um irgendwie klar zu kommen. Ich bring sogar Geld mit nach Hause. Und was machst du? Joel, jetzt mach mal ne Forst. Ich mein, du willst ja jetzt nicht sterben, oder? Untertitelung des ZDF, 2020